Hallo Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist Minecraft953 und ich begrüße euch hier herzlich zum zweiten Infovideo von mir. Ja, ihr habt gesehen, vor 22 Stunden habe ich ein Infovideo hochgeladen, habe 500 Abonnenten, habe vieles erzählt über Landwirtschafts-Simulator 2013, den Eurotrack-Simulator 2 sowie über Commentaries. Ja, ich habe mir gedacht, was soll ich tun? Nun, ich habe mir überlegt gehabt, komm Minecraft953 aka Patrick, mach doch einfach mal ein Commentary. Das heißt, ihr schickt mir eure Videos zu, ladet die Videos entweder bei YouTube auf privat hoch, schickt mir dazu den Link, schickt mir eine Beschreibung sowie eine Kurzbewerbung, am besten wo euer Name, Alter, Hobby, was ich alles im Video mit erwähnen darf, reinkommen soll und dann werdet ihr im Video verlinkt, in der Videobeschreibung kommt dann nochmal euer Kanal rein. Und ja, es ist egal, was für ein Spiel es ist, hauptsächlich es ist ein Spiel, wo ihr nicht reden tut. Es dürfen keine Sprachgeräusche im Hintergrund sein, nur halt vom Spiel selber. Ähm, dann läuft es so ab, ihr werdet mir das dann halt zuschicken und, ähm, über Skype, hier ist mein Skype-Name, wie ihr seht, oder halt privat hier hochladen und dann werde ich das mir downloaden, werde es bearbeiten, mit meiner Stimme natürlich, denn ich werde es kommentieren und dann könnt ihr es auf meinem Kanal, demnächst, sehen. Wie das Ganze vonstatten geht, ihr wundert euch sicherlich, warum ich oben zweimal Dings offen habe, ich rendere hier gerade ein neues Teil vor, also ich lag gerade ein neues Teil vom Video hoch, aber das ist ja egal. Ähm, ja, wie das dann vonstatten geht, ihr schickt mir dann halt das Video zu, ich werde es kommentieren und so weiter und so fort, werde mir ein paar Notizen rausschreiben und dann geht's los. Und, ja, dann werdet ihr spätestens innerhalb von ein paar Tagen das auf meinem Kanal sehen. Ist egal, ihr werdet es weiter sehen. Also, wie gesagt, erinnert mich in Skype, um es mir zu schicken oder ladet es hoch, schreibt eine Kurzbewerbung. Ich sage, bis dann, Leute, viel Spaß, mein Name ist Minecraft Löffel.